Musik Und ab da an begann das Leid für Imam Al-Karum a.s. 15 Jahre seines Lebens hat Imam, 15 Jahre hat der Imam im Gefängnis verbracht. Von einem Gefängnis zum anderen verschleppt. Zuerst das Gefängnis in Basra. Danach ein Gefängnis in Qantara. Danach brachte man ihn zum Gefängnis von Fadl ibn Rabi' Und wisst ihr, was die Worte von Imam Al-Karum waren, als er das Gefängnis betrat? Bei Allah, ihr werdet es nicht glauben. Als Imam Al-Karum das Gefängnis betrat, sagte er, Oh Allah, ich habe dich mein gesamtes Leben darum gebeten, dass du mir eine Möglichkeit gibst, an einem kleinen Ort dich in Ruhe anzubeten. Ich danke dir dafür, dass du mir nun diese Möglichkeit gegeben hast. Wer von uns würde an sowas denken? Zu Unrecht im Gefängnis? Und dann dankte Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er ihn nun in Ruhe anbeten kann. Die Überlieferungen berichten, man hat die schönste Frau von Arabien geholt und sie in die Zelle von Imam Al-Karum gesteckt. Die schönste Frau, die es gab, hat man zum Imam in die Zelle hereingebracht. Und sie sagte zu ihm, Oh du, ich bin bereit, dir alles zu geben, was du von mir willst. Sag, was du willst und ich gebe es dir. Der Imam hat sie ignoriert. Sie wiederholte diese Worte. Alles, was du willst, gebe ich dir. Er hat sie wieder ignoriert. Und sie sagte dann, Egal, der Khalif hat mich zu dir geschickt. Egal, was du von mir möchtest. Ich bin bereit, es dir zu geben. Und der Imam, a.s.w. wandte sich zu ihr und er sagte, Weshalb soll ich mich an dich wenden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir viel mehr bietet, als du es hier könntest? Wieso soll ich mich an dich wenden? Allah gibt mir viel mehr. Und die Überlieferungen berichten, die Wachen kamen nach einigen Stunden wieder. Sie sahen Imam Al-Karum im Sujud und die Frau dahinter im Sujud. Man hat Männer geschickt, die kein Arabisch sprechen konnten. Man hat extra Männer in die Zelle von Imam Al-Karum gebracht, die kein Arabisch konnten. Sie sollten ihn foltern und töten. Nach einigen Stunden kamen sie als Muslime wieder raus. Die Wachen sagten zu ihm, Was ist geschehen? Ihr solltet ihn töten. Sie sagten bei Allah, er hat angefangen in unserer Sprache mit uns zu sprechen und uns den Islam erklärt und wir haben den Islam jetzt angenommen. Fadal ibn Rabi, der Eigentümer des Gefängnisses, er sagte, Wie soll ich jemanden foltern, der am Tage fastet und in der Nacht betet? Wie? Imam Al-Karum im Gefängnis hat am Tage gefastet und in der Nacht gebetet. Imam Al-Karum hat seine Nächte in der Niederwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala verbracht. Nach dem Gefängnis von Fadal ibn Rabi brachte man ihn zum Gefängnis von Fadal ibn Yahya. Nach dem Gefängnis von Fadal ibn Yahya brachte man ihn in ein Gefängnis, El-Sindi. Und dieses Gefängnis, wie soll man es beschreiben? Normalerweise hat man in einer Zelle Platz, wo man sich bewegen kann. Das Gefängnis von El-Sindi war nur so breit wie der Körper des Menschen. Das heißt, er konnte sich nur so reinstellen. Er konnte sich nicht einmal hinsetzen. Und oben drüber hat man einen Stein gelegt, also die Grube hat man einen Stein gelegt, sodass der Imam nicht wusste, wann Tag und wann Nacht ist. Er konnte nur stehen, weil die Zelle so eng war quasi. Er konnte sich nicht einmal hinsetzen. Und er sagte zu dem Wachen, Oh Wachen, wenn ihr bitte wenigstens, wenn ihr beten geht, sagt mir, dass ihr beten geht, damit ich meine Gebete zu der richtigen Zeit verrichten kann, weil ich nicht weiß, wann Tag und wann Nacht ist. Und einmal hat man den Stein zur Seite bewegt und der Imam, alaihissalam, hat versucht zu schauen, ist es gerade Tag, ist es gerade Nacht, damit er weiß, wie die Gebete sind. Und dann kam einer der Wache und hat ihn mit dem Fuß ins Gesicht geschlagen. Man hat das Gesicht von Imam Al-Karum, alaihissalam, geschlagen. Bei Allah, wenn wir am Tage des Gerichts vor unserem Imam stehen und er sieht unsere Gebete, wir haben unsere Gebete vernachlässigt. Was sollen wir ihn dann sagen? Stellt euch vor, ihr seid vor dem Imam, der das alles durchlebt hat und wir sagen, Oh Imam, aber die Blicke der Menschen, wir haben uns geschämt. Ist es kein Verrat an den Imam, ist es kein Verrat an die Ahlulbayt, alaihissalam? Imam Al-Hussein hat sein Blut für den Islam gegeben, damit wir heute beten können, damit wir heute das Gebet haben. Al-Islam, muhammadiyyul wujud, husayniyyul baqa, der Islam des muhammadanischen Ursprungs, husaynitischen Verbleibens. Ohne Imam Hussein, was für ein Islam hätten wir heute? Wir hatten ein Islam, wo Musik gespielt wird, ein Islam, wo es keine Gebete gibt, ein Islam mit Alkohol, so einen Islam hätten wir. Ein Islam, wo alles verfälscht ist. Und dann kommen wir, wenn wir uns am Tag des Gerichts vor dem Imam, wenn der Imam uns fragt, wie seid ihr mit dem Gebet umgegangen, wie seid ihr mit meiner Botschaft, wie seid ihr mit meinem Islam umgegangen? Sagen wir, oh Imam, aber es war schwierig. Wir waren in Deutschland, stimmt, aber es war schwierig für uns im Islam zu leben. Dann sagt er, wisst ihr denn nicht, wie ich im Gefängnis gefoltert wurde, damit ihr das Gebet habt? Damit ihr das Gebet hattet, wurde ich und meine Familie, wir wurden alle getötet. As-salamu alayka, ya sahib as-sajdat al-tawila, as-salamu alayka, ya Imam al-masmum, as-salamu alayka, der Friede sei mit dir, oh Imam, der vergiftete Imam, der geduldige Imam, der Imam, der alles geopfert hat, er und seine Gefährten, damit wir heute unsere Religion hier haben, damit wir uns jeden Freitag hier versammeln können. Wie gehen wir mit diesem Erbe um? Jeder einzelne von uns wird am Tage des Gerichts befragt, wie seid ihr mit dem Erbe von Imam al-Karun umgegangen? Jeder von uns. Keiner kann denken, er kann sich rausreden. Und dennoch sehen wir Leute, die keine Ahnung von Imam al-Karun haben, die nichts über ihn wissen, außer vielleicht seinen Namen. und dass er der Sohn von Imam al-Sadr war und der Vater von Imam al-Radha. Das war's. Sodass, wenn man ihn besuchen geht im Irak, kann man nicht über ihn weinen. Wieso? Weil man nichts über ihn weiß. Das ist Imam al-Karun, das sind unsere Imame, über die wir sagen, wir lieben sie und wir befolgen sie. Aber wo? Daher möchten wir nun unsere Herzen gemeinsam wenden nach Irak zu Imam al-Karun alayhi salam und unsere Seara und unseren Bund mit ihm erneuern. Ab dem heutigen Tag sagen wir, oh Imam, wir kannten dich vorher nicht. Heute kennen wir dich. Wir wissen nun, was du ertragen musstest. Wir werden ab heute auf dein Erbe aufpassen. Niemals werden wir unsere Gebete vernachlässigen. Niemals werden wir unsere religiösen Verpflichtungen vernachlässigen, oh Imam. Wir wissen, was du erleiden musstest, damit die Botschaft deines Großvaters an uns herankommt.